Hallo, ich bin jetzt zwei Tage nach Devista und ich wollte euch mal erzählen, was behindert ist, was Devista gemacht hat mit Chinapalla. Das ist so ein Modell-Einkaufs-Verangehung, habe ich mit Chinapalla, die mich hier unten entschieden haben. Und dann habe ich noch eine Fontaine genommen und habe Kartoffeln da reingekommen. Ja, diese Einkaufs-Verangehung ist auch schon mal aus dem Fenster befunden. Und ich bin total verkohlt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bitte.